hallo liebe leute heute wenn wir mal meine frau beim sport begutachten darauf drücken herzlich willkommen kämpfer es wird zeit eure laufprüfung zu beenden ja die regeln der ist immer so kundisch dass er dir anzeigt musst du es ist auch immer so komischen dinge hören lange du die punkte hörst ist jetzt hier rüber ja an der seite hoch wir den pfeil hoch gelangen hier bist du durch leute ich ich habe es beim ersten mal nicht geschaut auf die plätze fertig los los zeig an genau gut das war dann einmal hier oben muss ich gucken Mensch noch mal vielleicht so schnell wieder hier oben hier oben hier die richtung laufen ja du musst ja von dem ein ding zu verlaufen hier oben sind gleich wieder ein paar super mutanten von jetzt hier oben hier oben hier oben jetzt auch mal nämlich den parkour einmal verkehrt kommen wir gleich ein paar fallen aus wir kommen jetzt das ist nicht ich glaube halt weiter weiter nach fallen gucken wir müssen um machen die vorne ist der auslöser hier hier bei mir hinstellen los ja wir sind auch mal sportlich im vorlaut mein schatz das schaffst du mit links jetzt muss es dass wir gleich und wo war jetzt der letzte parcours wir sind jetzt letzten auch glauben da drücken können wir auch gerne mal mitlaufen das system durch jetzt hat er bei mir was hier rüber passen lang laufen da haben wir übersehen da mussten wir hier hoch wir haben mehr wie genug zeit das schaffen wir das ist nämlich unten geblieben wir hätten wir oben landen muss hier kann sie ganz entspannt lang laufen was noch nicht mal durchraschen jetzt kommen wir spründen was war das video gefallen hat lasst mal ein like da abonnieren nicht vergessen wir waren heute mal etwas sportlich und haben meiner frau geholfen die quest für die kaulquappen zu erledigen wenn es euch gefallen hat wie gesagt like da lassen abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten video diesmal aber auch mit kam und ja mein schatz kann ja auch mal kurz reinwinken muss weiter hier rüberwinken ha ja ja Tschüss.